Der Überraschungsauftritt von Opernstar Cecilia Bartoli war ein ganz besonderer Auftakt für die Ehrung der ehemaligen Festspiel-Präsidentin Helga Rabel-Stadler. Landeshauptmann Wilfried Haslauer verlieh ihr heute die höchste Auszeichnung des Landes Salzburg, das große Ehrenzeichen. Das große Ehrenzeichen verleihen wir nicht sehr oft und das hat sich wirklich verdient. Ich wünsche uns, dass ihr kluges Temperament, ihre Belesenheit, ihre Scharfsicht auch auf anderen Feldern als den Salzburger Festspielen für Salzburg etwas bewegen kann. Und ich möchte eigentlich weiter für dieses Land arbeiten. Ich habe das gemacht als Journalistin, als Kauffrau, als Politikerin, als Festspiel-Präsidentin. Was Helga Rabel-Stadler ausmacht, wissen ihre Wegbegleiter. Wir haben irgendwann einen Punkt erreicht, wo wir uns gar nicht mehr besonders absprechen mussten. Das war so wie ein, ja ich bin ja Musiker von Haus aus, wie ein Akkord, der in sich stimmt, in der Balance stimmt. Hier geht es vor allem um die Ehrlichkeit und um die Hanslokalität und das war mir sehr, sehr wichtig. Man hat es gespürt an den Worten, die der Landeshauptmann gefunden hat, was sie für eine klare, kluge, warmherzige und durchsetzungsstarke Frau ist, die sich unermüdlich für die Festspiele eingesetzt hat. Engagement, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Durchsetzungsfähigkeit. Sie kann widerstreitende Interessen sehr gut zusammenbringen. Die Liebe zum Publikum und das Verfolgen einer Vision, die die Salzburger Festspiele immer gehabt haben, nämlich ein Friedensprojekt zu sein mit höchsten Qualitätsansprüchen.